Hallo, ich bin Herr Blümchen. Herzlich willkommen zu meiner neuen Serie Herr Blümchens lustige Streiche. Heute habe ich mir was ganz Besonderes für Pferd ausgedacht. Pferd hat mir nämlich an Ostern einen angefressenen Osterhasen geschenkt und dafür muss er jetzt büßen. Hierfür habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich habe Pferd zum Kakao eingeladen und ein Furzkissen auf seinen Platz gelegt und wenn Pferd jetzt gleich kommt und noch ein weiterer Gast, nämlich Stinktier, dann wird es glaube ich mal sehr lustig werden. So, Stinktier ist schon gekommen und jetzt werde ich mal langsam Pferd zu seinem Kakao rufen. Pferd, der Kakao ist fertig. Oh, lecker! Sehr lustig. Ja, sehr lustig. Wenn es euch auch so gut gefallen hat wie mir, dann lasst bitte einen Daumen nach oben und ein Like da und schaltet bald wieder auf meinem Kanal rein. Tschüss!